Fällt aus. Das heißt, das könnten wir bis zum Ziel bringen. Nicht wirklich. Ja, dann bringen wir mal den Cube zum Ziel, weil das haben wir gerade ausgeprägt. Macht's. Ja. Es fehlt uns aber immer noch nicht. Warte mal, dann mach ich den mal kurz aus, dann kannst du den Laser schießen. Ah, nee, das war unten, das war unten, das war nicht oben. Die beiden, wo du gerade eben standest, ja. Weil den brauchen wir nämlich hinten. Einfach bloß Laser schießen. Gar nicht durchlaufen. Achso. Was soll das denn? Was hier? Nein, aber da kannst du trotzdem kurz reingehen und da hinten den Portal machen, weil da muss der Laser nachher raus. Das heißt, nachher unten beim Laser den roten schießen. Dann muss ich dir das große Feld erstmal aufmachen. Ja. Okay. André auch, oder? Und das war drüben. Hallo? Hallo? Ich bin nicht hochgekommen. Ich bin только je. Kiri war ich dir. Ich bin nicht pcσ. Ich bin Nombrun. Ich bin š之後. Ich bin zehnmal die Müller. Ich bin schon Tel und sieben. Dann werde ich die wieder raus lassen müssen. Aber es fehlt immer noch die Treppe. So scheint das mit dem Laser unten zu sein. Ja, aber wir sind danach durch ein Feld gegangen. Das heißt, wir sind alle wieder weg. Und wir haben nicht noch einen Laser Cube mehr, dass wir das irgendwie so bewerkstelligen könnten. Das war da unten drin. Das heißt, das ist gerade offen. Ich mache das nochmal auf. Wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir bloß ein Portal brauchen. Ja, ein kleiner Knopf. Das waren nur Würfel. Ohne Portal. Und noch User. Und Rico, wie sieht es aus? Mit? Armer. Oder mit dem Kerl. Oder mit was? Mit dem Server. Äh, vor allem, ich bin doch nicht jetzt... Mensch, ich mache das jetzt... Hast du jetzt Zeit, oder wie? Ich habe jetzt Feierabend. Du hast jetzt Feierabend. Ja, ich auch gerade. Ich bin, ja gut, schon ein bisschen länger vom Einkaufen, aber ich bin da echt... Jo, ja, das haben wir doch alle. Das heißt, jetzt müsstest du es bloß so hinkriegen, dass wir hier wieder rauskommen, ohne dass wir ein Portal verlieren. Und so meine ja, wenn ich die Welt auch. Wir sind vorbei. Das heißt, ich gehe durch, mache dir den Weg bis zu dem Knopf, den ich brauche. Dann stellst du dich da hin und drückst dann den Knopf. Bin ich vollkommen der Anfänger. Und dann kann ich mich durch die Portale nochmal machen. Dann werden wir uns hoch gehen, dann stammalieren wir nicht. Eins hoch, ja, ja, okay. Später, Jungs. Bis später. Bis später. Bis später. Bis dann. Das heißt, du müsstest hier durch und ich müsste da durch, damit ich dir den Ding gebe. Okay, das heißt, ich gehe jetzt runter. Ach shit, genau in dem Moment hat er nochmal Zunk gemacht. Ich gehe runter, drück unten den Knopf, während der, äh, zur gleichen Zeit drückst du oben den Knopf und dann treffen wir uns draußen. Bis dahin, mach den Timer oder? Äh, okay, ja. Warte, äh, Timer, Timer war so. Schnell, 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 der Timer läuft. Ja, ja. Stopp, 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 stopp. Mal schauen ob ich es noch rechtzeitig wieder rein schaffe, ja. Wir wollen doch kein K.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Das war es jetzt manchmal, da wollen wir wahrscheinlich im Einkauf flitzen. Ja, dann schmeißen wir runter. Hab ich jetzt gesagt, nächste kann man nicht. Dann danke fürs Zuschauen und bis später.